Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Runde DSC-Vorstellung von dem Spiel MagPixel. Ja, heute spielen wir das Nerd Pack. Ah, wir freuen uns schon, weil wir richtige Nerds sind, ne? Wie die meisten immer gerne sagen. Und ja, mal gucken, ob ich irgendwas erkenne. Nein, kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob das Ninja Turtle sein soll, aber ich bezweifle es. Aber mit mir... Okay. Hm, ja natürlich, Stift, Papier, Radiogummi, ist klar. Äh, schmeiß weg, aber es hilft natürlich. Äh, ja, Opi, ich will ja nichts sagen, aber man sollte nicht sowas grillen. Und es klappt einfach mal so, ja? Äh, verdammt. Äh, Feuerlöscher. Feuerlöscher Radio? Feuerlöscher Karotte? Feuerlöscher Alkohol? Feuerlöscher Münze? Hm, Cupcake? Äh, ich hab nicht so viel Zeit. Huhn. Okay, einfach mal... Damn, das hat nichts gebracht. Äh, verdammt, was soll ich hier... Syntax Error, okay, leu. Ich, ich weiß natürlich nichts. Hier, der Hintergrund, das weiß ich noch, das ist vom Portal. Vom Portal 2 hier, wie Weedley und alles. Gut, gehen wir mal an die Leiter. Äh, ja, genau. Schlag deinen Kopf gegen die Leiter. Äh, ja, was kann ich denn hier machen? Elektroschock kriegen, gut. Kann ich einfach... Blow... Okay. Gut, ich hab natürlich keine Ahnung, was ich hier machen kann. Äh, ich wollte jetzt eben nicht wegklicken, toll. Gut, da hinten ist ein... Einfach mal abdänzen, ne? Ja, warum nicht, ne? Ich frag mich warum, aber... Ja, abdänzen, das hilft bestimmt. Gut, nehmen wir mal wieder den Alkohol und probieren das hier mit. Klappt nicht. Klappt auch nicht. Weiß gar nicht, ob ich mit allen irgendwas anfangen soll. Äh. Gut, ich denke mal, weiter verbinden kann ich das nicht. Ja, damn, ne? Kann ich gleich überspringen. Äh, ich denke mal, low, äh, low. Äh, schon besser. Dennoch gehen wir, äh, kaputt. Damn. Äh, das Gas. Gut, ich versuch's mal mit ihm hier hinten. Gut, aus dem Augen, aus dem Sinn, ne? Äh, nehmen wir mal die Bombe und versuchen es da hinten. Hat das jetzt geklappt? Nein, ich darf nicht immer alles überspringen, ey. Gut, nehmen wir mal den Drang und probieren's. Sollte das nicht irgendwie mal klappen? Soll ich jetzt ernsthaft alles anklicken? Oh, das war fes. Ich wette, mit dem Hühnchen klappt's am Ende. Ne Granate, natürlich. Äh, damn. Okay, äh. Ich hab keine Ahnung, was der von mir will. Spring einfach in die Kruzels. Das hätte ich nicht getan. Gut, Problem ist ja jetzt mit dem Hühnchen. Was relativ nichts bringt. Oh, Hühnchen, du bist sowas von nutzlos. Das glaubst du wohl nicht. Und mit den anderen Gegenständen kann ich nichts mit dem Hühnchen verbinden. Na, das ist blöd gelöst. Äh. Ich denke mal, ich muss bestimmt mit ne Karotte oder so. Keine Ahnung. Was ist denn, bitteschön? So, go, talk. Keine Ahnung. Ach, ich weiß nicht, was die da wollen, so ne? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Äh, Axt. Ich weiß nicht, ob man uns weiter kappen sollte. Nein, auch nicht. Ich kann aber auch hier gar nichts machen, weißt du? Das ist blöd. Ich werde mal ganz kurz noch einen Schluck trinken, tut mir leid. So, versuchen wir es nochmal mit der Tastatur. Die blinkt da oben rot. Ja, durch die Zeit sehe ich immer alles gar nicht. So, A plus A, Dingsbums, F, äh. Keine Ahnung, ich nehme mal das B wieder weg. Jetzt komme ich... Bringt mir auch nichts. Das ist blöd. Äh. Lass doch nicht immer alles. Äh. Gut, versuchen wir es jetzt mit dem Fernseher. Ich meine mit alles... Ich das wirklich mit... Muss ich das... Oh, was kann denn bitte schon hier helfen? Äh, düm, düm, düm. Dö, dö, düm, 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 düm. Da frage ich mich, was mehr... Was da hilft. Ach, ich habe noch die zwei. Äh, damn. Äh, A und B. Äh, Sintex-Error. Ich habe doch eigentlich drei. Ne, das... Karotten-Power. Ich hasse Gemüse. Ne, Karotten sind noch in Ordnung. Aber sowas wie Spinat und Blumenkohl und Rotkohl ist alles essig nicht. Ähm, Hühnchen. Hühnchen, 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 Hühnchen. Ne, ne, okay. Also, die Axt des Dings vom... Ja, gehe ich mal eigentlich fast nach der Reihenfolge. Ich bin einfach zu blöd. Aber eins... Flieg weg, flieg weg. Äh, probieren wir uns mal mit der Münze. Ach komm, irgendwas... Muss ich irgendwas weiterleiten oder so? Ich bin komplett ratlos hier gerade im Moment. Ach, mal, ach, Müll, da, aber Taster kann man auch. Ich dachte immer nur mit Enter. Na, egal. Äh, zwei, drei, eins, eins. Tastatur, du regst mich auf. Äh, die Zeilen kann ich nicht ändern. If Go To... Oh, Go Ten. Ach, keine Ahnung. Ich bin... Gut, versuchen wir es hier nochmal mit der Bombe. Ach, da komme ich noch nicht mal weg vom Boden. Äh, Feuerlöscher hatte ich auch schon. Bier hatte ich auch schon. Radio. Natürlich, mit dem Radio bringt es auch nichts. Könnte ich einfach nur einfach in irgendeiner Ecke stehen bleiben und schillen. Mann, das ist blöd. Was kann es denn sein? Ach, das ist bestimmt kein Cupcap, das ist eine Unterhose. Ja, das ist eine Unterhose, mit Sicherheit. Sah eben so aus wie so ein Cupcake. Äh... Nehmen wir mal weg... Nein. Ich bin einfach zu inkompetent, ne? Der ist doch in die Brühe reingesprungen. Warum springt der jetzt nicht wieder in die... Ne, jetzt nehmen wir erstmal das Unterhose. Warum springt der denn nicht in die Brühe jetzt einmal? Ich muss erstmal rausfinden. Wo? Ich hab ja irgendwas von random gedrückt. Gut, ähm... Das hab ich schon, das hab ich schon. Eigentlich hab ich noch das Gewicht in einmal und die Granate, ne? Ja, irgendwas muss ja davon noch... ...klappen. Hoffe ich doch mal. Und... Das ist gleich vielleicht. Äh... Um Himmels Willen. Ich weiß nicht, was die wollen von mir. Das Gewicht bringt ja auch nichts. Damn. Äh... Dann hab ich noch Granat und Nahmah. Irgendwas muss ja funktionieren. Weil zusammen interagieren kann ich die Gegenstände ja nicht. Ein bisschen. Also so weit, wie ich gemerkt hab. Ich könnte ja auch versuchen, mit der Axt den Fernseher zu hacken, aber... Äh... Ich glaub, das hat auch nicht funktioniert. Hm... Nehmer, das ist gleich. Und das ist gleich. Intex Error. Ich... Ich bin zu inkompetent bestimmt für die Sache. Ne, da denn... Ja, fliegst du wieder weg? Ähm... Nehmer, den einmal. Och, jetzt... ...wirdst du mich doch veräppeln, oder? Ich kann keines... Was soll ich denn hier machen? Also wenn's jetzt die Granate wäre, dann wär's ziemlich... ...ziemlich dämlich, find ich. Aber kann mir jetzt bitte einer das erklären? Er ist gleich fünf... ...zwanzig B... ...B ist gleich zehn... ...ähm... ...ziemlich dämlich... ...ziemlich dämlich... ...kidding me? Äh... ...heh... ...ah, okay... ...Sintex Error. Hab ich noch zwei Probleme... ...zwei Dinge, um die ich mich kümmern muss? Ähm... ...have fun. Null, Null bringt mir nichts. Ah, aufs Geländer klicken, okay, gut. Wenn ich hier nur die Null wegnehme... ...rutschte die fünf weg. Hab mir auch nichts gebracht. Gut, hier sehen wir dich in Bombe und, äh... ...gehen damit baden. Gut, haben wir endlich auch geschafft. Ist echt nur noch das Problem. Nein, das nicht. Jetzt muss ich einfach hier Try and Error probieren. Was hier passiert und was nicht. Plus, Minus... ...ist gleich. Versuch, wegzunehmen. Syntex Errors verschaffen. Keine Ahnung, hm. Du willst mich doch verarschen. Typ, was willst du von mir? If... ...E... ...B... ...man. Die Zahlen hier vorne kann ich überhaupt nicht antatschen. Das gleiche Dingsbums tauschen geht auch nicht. Was will der von mir? Äh... Ich bin einfach so blöd, oder? Okay. Die Zeit da oben... Achso, ey, ist gleich fünf. Die ist gleich... ...zehn, zehn, genau. Nein. Ich wollte gar nicht hinhauen. Für plus... Ne? Ich bin verwirrt. Jetzt ist 22 Uhr, das ist nicht gut. Ähm... Ich hab mich ziemlich lange an dem DS hier auch. Äh... Er ist gleich... ...zwanzig. Ey, kann aber nicht zwanzig sein, weil er fünf ist. Alter, leck mich. So, nehmen wir die zwei weg. Was hast du getan? Achso, ey. Nein! Ey. Gut, nehmen wir das B weg. Tauschen uns mit dem A geht auch nicht. Nehmen wir das A weg. Tauschen uns mit dem B klappt auch nicht. Damn. Tauschen wir das A mit dem B klappt auch nicht. Äh... Ist gleich wegnehmen. Mit dem B tauschen klappt auch nicht. Blow, Dingsbums... Ich... Blow. Ich bin... Vielleicht einfach den L. So. O wegnehmen. Ja. Gut, nein. Also... Da fehlen mir langsam die Worte. Oh, Mama Mia. Mama Mia, Mama Mia. Nehmen wir das O und das Dingsbums. Äh... Achso. Ein paar Versuche, okay. Aber danach geb ich mich geschlagen und spreche das ab. Ähm... Komm, ich hab da gar nicht so viele Interaktionsauf... Inter... Interaktionssachen. Warte mal. Da passiert 0... Ne... Punkt 5. Dings. Die 20 kann ich antatschen. Ja gut. Aber das A kann ich schon nicht antatschen. A ist gleich 5, 5, 5, 5. B wäre denn 10. A ist gleich... Nein, das geht nicht. Wenn A ist 20, geh hoch. Go to 10. Ah, go to 10. Blow up, go to 10. Wenn ich jetzt ausrechnen, was da rauskommt, oder? Ja, das sind 20. Ich, ich, ich check's nicht. Go to 10. Ja, 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 natürlich. Klappt das auf Anna. Leck mich doch. Ich hab ja nur 53 Versuche gebraucht und das ist längst. Also, leck mich doch an. Na gut, lassen wir das. Wir sehen uns dann beim nächsten DST-Vorstellung. Und ja, wenn das ist, ab in die Kommentare. Ciao, Leute.